In diesem Video geht es um Klamotten, nämlich um Gravel-Bekleidung. Viele Leute, die aus anderen Disziplinen in diesen Sport einsteigen, fragen sich vielleicht, was sie anziehen sollen, wenn sie mit dem Gravel-Bike durch die Natur fahren. Und die Antwort ist, es ist völlig egal. Tragt das, womit ihr euch gut fühlt, tragt das, wo ihr eine hohe gleichbleibende Leistung aufs Pedal bringen könnt und das, was einfach für euch bequem ist und womit ihr euch, wie gesagt, gut fühlt. Ich habe euch trotzdem mal zwei Kids mitgebracht, die so in etwa den gleichen FahrerInnen-Typ ansprechen, nämlich die oder denjenigen, die aus dem Rennradsport kommen und eher Performance-Klamotten tragen möchten, also Klamotten, die eher eng anliegen, aber trotzdem nicht auf Praktikabilität verzichten möchten. Und wir werden in diesem Video mal vergleichen, was für ein Unterschied es ist, wenn man das günstigere Set eines Premium-Herstellers und das teurere Set eines Billig-Herstellers miteinander vergleicht. Natürlich ist dieser Vergleich unfair, denn auch wenn es das günstigste Set eines Premium-Herstellers ist, ist das Rafa-Core-Trikot und die Rafa-Core-Cargo-Hose sehr, sehr teuer. Ich habe für das komplette Kit 205 Euro ausgegeben. Das Triban-Trikot und die Triban-Hose sind deutlich günstiger. Das Trikot gibt es für 35 Euro und die Hose kostet 50 Euro. Da haben wir also eine Gesamtinvestition von 85 Euro. Beginnen wir mal mit dem Triban-Trikot. Wir haben hier diese schöne orangene Farbe mit einem Fade hier von einem Dunkelrot zu einem Hellrot bis Orange hier oben. Und auf der Rückseite haben wir dieses Burgund-Rot und hier hinten haben wir hier dann einige Taschen. Insgesamt sechs Taschen hier an der Rückseite dieses Trikots. Beim Material haben wir so ein bisschen Mix. Wir haben natürlich hauptsächlich Polyester und auch einen Einsatz mit 67% Wolle. Das ist hier so unter den Achseln ein Wolleinsatz. Der ist auch so relativ durchscheinend, wenn man das hier jetzt sieht. Und der sorgt dafür, dass Schweiß unter den Achseln besser abtransportiert werden soll. Wir gucken uns jetzt einfach mal im Vergleich das Trikot von Rafa an. Das hat natürlich eine andere Farbe. Wir haben hier bei Rafa eine sehr große Auswahl verschiedener Farben, die auch alle sehr schick sind. Und reingefühlt ist dieses Trikot etwas leichter als das von Decathlon. Gucken wir uns mal die Taschensituation an. Hier auf der Rückseite haben wir insgesamt vier Taschen. Wir haben drei relativ große Rückentaschen. Und dann hier noch eine Schlüsseltasche, wo man mit einem Reißverschluss rankommt. Materialauswahl ist hier 100% Polyester. Wir haben ja auch keine besonderen Einsätze. Gehen wir jetzt aber mal auf die Hosen ein. Hier bei der Triben Hose haben wir überall Flatlocknähte, die natürlich nicht irgendwie reingehen, sondern die flach auf der Haut aufliegen. Was die Verarbeitung angeht, kann man hier an ein paar Details dann schon sehen, dass das eine relativ günstige Hose ist. Das ist nicht 100%ig sauber verarbeitet. Es sieht aber alles, finde ich, sehr passend gemacht aus. Und sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so aus wie eine Billighose. Bei der Rufferhose ist dann wiederum interessant, dass die Nähte auf der Außenseite dann inliegend ausgeführt wurden. Dafür sind die Nähte um das Sitzpolster herum ebenfalls in Flatlocknähte. Auf der Innenseite beider Hosen haben wir dann solche Silikongripper. Hier bei der Rufferhose sind die etwas breiter als bei der Decathlonhose. Einer der wichtigsten Punkte bei Bibshorts sind die Polster. Und hier gibt es deutliche Unterschiede. Hier bei der Decathlonhose kommt deren eigenes Sitzpolster zum Einsatz. Das hat so Geleinsätze. Bei der Rufferhose kommt das hauseigene Classics Sitzpolster zum Einsatz. Ist auch in den höherwertigen Ruffer Classics Hosen verbaut. Das ist natürlich ein Vorteil jetzt bei der Core-Linie, dass die die Technologie der höherwertigen Hosen noch nutzt, aber sie etwas zugänglicher macht. Dieses Sitzpolster hatte ich allerdings in der Anfangszeit meiner Rennradkarriere auch regelmäßig in mehreren Hosen. Und war damit auch sehr zufrieden. Es ist nur eine ganze Ecke dünner und fühlt sich auch so von dem Material nicht so hochwertig und weich an wie das dieser Hose. Gehen wir es mal aber darauf ein, warum diese Hosen sich überhaupt für den Gravel-Einsatz so gut eignen, nämlich auf die Taschen. Und die Rufferhose hat vier Taschen, sodass man auch einfach mit einem ganz normalen T-Shirt unterwegs sein kann und trotzdem alles in diese Hose reinbekommt. Die Decathlon-Hose ist in dieser Hinsicht etwas sparsamer ausgestattet, denn wir haben hier nur eine einzige Tasche. Und ihr könnt hier gleich schon sehen, die ist deutlich kleiner als die Tasche von Rafa. Ja, das ist so der erste Eindruck zu dem Rafa Core Cargo und dem Triben 500 Kit. Ich war jetzt mit beiden Kids ein paar Mal unterwegs und muss sagen, dass beide Kids gut funktionieren. Wobei sie beide für unterschiedliche Fahrradtypen, für unterschiedliche Levels und auch für unterschiedliche Körperformen gebaut sind. Aber wir gucken uns das einmal im Einzelnen an. Beide Trikots funktionieren gut. Ich bin 1,96 Meter groß und wiege 93 Kilogramm und ich habe bei beiden Trikots Größe L gewählt. Das Rafa Core Trikot, das sitzt insgesamt gut am Körper. Die Ärmel sind ein bisschen kurz und sie ribbeln sich beim Fahren auch so ein bisschen weiter nach oben. Also sie bleiben nicht so hundertprozentig an Ort und Stelle. Genau das gleiche Problem hat allerdings auch das Triben Trikot. Kommt natürlich auch auf die Armdicke an mit meinen Fahrradfahrerspattelarmen. Da bleibt sowieso nichts an Ort und Stelle. Das Decathlon Trikot fühlt sich insgesamt etwas weicher, etwas dehnbarer an und scheint mehr für Fahrradtypen ausgelegt zu sein, die etwas kräftiger gebaut sind. Wobei man auch insgesamt sagen muss, dass dieses Trikot sehr lang ist und sehr weit den Rücken runter geht. Auch die Taschen hier, die funktionieren gut, die sind groß genug, sind aber relativ leicht auszubeulen. Also wenn man etwas größere, etwas schwerere Dinge in die Taschen tut, dann rutscht das Trikot so ein bisschen den Rücken und den Hintern weiter nach unten, als das beim Core Trikot der Fall ist. Hier sitzen die Taschen etwas weiter oben am Rücken, sind immer noch ganz gut zu erreichen. Die hier sind etwas besser zu erreichen. Das Core Trikot sitzt aber insgesamt noch mal deutlich näher am Körper. Insgesamt finde ich aber beide Trikots von der Verarbeitung, von der Machart sehr gut. Auch das Tribant Trikot fühlt sich, wenn man es angezogen hat, nicht weniger hochwertig an, als das Rafa Trikot. Von der Passform, vom Schnitt würde ich aber eher sagen, dass das hier einem schlankeren Fahrertyp gut passt und das hier eher für den kräftigen Fahrer geeignet ist. Wenn man die Hosen anzieht, merkt man sofort einen Unterschied in der Passform. Die Rafa Core Hose, die umschließt einen förmlich. Wir können hier sehen, der Bauch ist relativ hoch geschnitten. Der geht auch über den Bauchnabel rüber und schließt einen dann ganz gut ein. Die Hose versteckt auch ein bisschen die Wampe, sodass man sich ganz gut so eingekuschelt fühlt in dieser Hose. Auch das Material, das fühlt sich auch auf der Innenseite richtig schön weich an. Das Material der Rafa Hose ist jetzt 100% Polyester. Das ist außergewöhnlich, denn normalerweise sind Fahrradhosen zu einem gewissen Anteil aus Polyamid und Elastan. Ich muss allerdings sagen, dass sich diese Hose sehr weich anfühlt und trotzdem auch ganz gut unterstützt. Und gerade dann diese Form, die so einen richtig umschließt, das fühlt sich insgesamt sehr angenehm an. Die Strapse hier, die sind ganz gut flexibel, allerdings auch nicht so, dass man sie bis ins Unendliche ziehen kann. Sie haben auch nicht in die Schultern irgendwie reingeschnitten in der Fahrradposition. Die Decathlon Hose hat einen traditionelleren Materialmix für Radhosen, nämlich aus 80% Polyamid und 20% Elastan. Von der Materialauswahl fühlt es sich schon etwas anders an als die Rafa Hose. Es fühlt sich nicht so dicht gewebt an, sondern fühlt sich etwas leichter an. Also die Rafa Hose ist auch insgesamt eine ganze Ecke schwerer. Wenn man diese Hose anzieht, dann fühlt es sich wie eine normale Fahrradhose an. Also man hat nicht das besondere Gefühl, irgendwie eingekuschelt zu sein oder ein besonderes Gefühl auf der Haut, sondern sie ist unauffällig, aber auch jetzt nicht außergewöhnlich. Die Träger, die sind relativ flexibel. Wir haben hier dieses Mesh-Material, das nochmal für einen etwas besseren Schweißtransport sorgen soll. Und das funktioniert auch ganz gut. Auch hier die Träger, die greifen nicht in die Schulter rein. Also die fühlen sich auch sehr unauffällig an. Was mir bei dieser Hose aufgefallen ist, von der Passform sitzt sie doch eine ganze Ecke lockerer als die Rafa Hose. Und die Beine sind relativ kurz. Also diese Hose ist nicht unbedingt für lange, eher schlanke Typen ausgelegt, sondern ähnlich wie das Trikot eher für etwas kräftigere Fahrer. Was das Polster angeht, haben wir hier bei beiden Hosen wieder Unterschiede. Ich muss sagen, dass beide Polster sich gut anfühlen. Beide Polster bieten einen guten Komfort. Das vorgeformte Polster bei der Rafa Hose ist natürlich sehr angenehm am Hintern. Man muss sich allerdings an so ein gewisses Windelgefühl so ein bisschen gewöhnen, weil die doch sehr dick ist und das Polster relativ groß ist. Hier bei der Decathlon Hose habe ich festgestellt, dass das Polster für mich persönlich ein bisschen zu klein ist. Diese Sektionen, die man auf dem Polster sieht, die passen nicht unbedingt für meinen Hintern. Was allerdings noch viel schwerwiegender ist, dass das Polster sich in diesem Material hin und her bewegen kann. Und dann gerade bei Segmenten, wo man halt stärker ins Pedal treten musste, hat sich dieses Polster in der Hose bewegt. Und das war für mich persönlich nicht so angenehm. Bei den Taschen habe ich mit der Decathlon Hose ein großes Problem. Und das liegt nicht nur daran, weil es hier nur eine einzige Tasche gibt, sondern weil die auch noch auf der rechten Seite der Hose ist. Ich bin Rechtshänder und wenn ich Fahrrad fahre und etwas aus der Tasche holen möchte, dann mache ich das in der Regel immer mit links. Auch bei der Rückentasche sind die Sachen, die ich häufiger brauche, in der linken Rückentasche, weil ich mit der rechten Hand einfach mehr Kontrolle über den Lenker habe. Da würde ich mir einfach eine Tasche auf der linken Seite wünschen und nicht nur auf der rechten Seite. Da ist das Angenehme bei der Ruffer Hose, dass sie einfach vier Taschen hat, sowohl am Rücken als auch an beiden Hosenbeinen. Und so hat man einfach sehr viele Optionen, wo man seine Sachen verstauen kann. Eine Sache, die das Decathlon Kit aber insgesamt deutlich besser macht als das Ruffer Kit, sind die Applikationen. Wir haben hier sowohl bei der Hose als auch bei dem Trikot auf der Rückseite reflektierende Elemente, die auch zur Seite abstrahlen. Diese Details sucht man bei dem Ruffer Kit vergeblich. Also solche kleinen reflektierenden Elemente dran zu nähen, das kann eigentlich nicht so viel kosten. Das kann auch nicht so aufwendig oder zu aufwendig sein, um das nicht bei jedem Trikot oder jeder Hose irgendwie zu implementieren. Wer ist jetzt der Sieger dieses ungleichen Duells zwischen dem Rafa Core und dem Decathlon Triben RC 500 Kit? Und ich würde sagen, das ist das Decathlon Kit. Denn gerade bei dem Preisunterschied von 120 Euro kann das Ruffer Kit einfach nicht genug rausholen. Natürlich fühlt es sich hochwertiger an, natürlich ist das Polster deutlich besser. Aber ist es tatsächlich diese über 100 Euro Preisunterschied wert? Ich denke nicht. Das Decathlon Kit macht nichts herausragend, aber es macht alles gut genug, damit man wirklich auch gerade für Einsteiger ein gutes Kit bekommt, mit dem man die ersten paar tausend Kilometer ohne Probleme, ohne Schmerzen und mit einer ausreichenden Performance eben zurücklegen kann. Ja, soweit mein Eindruck zu den beiden Kits. Ihr findet unten in der Beschreibung Links zu den Decathlon Produkten und auch zur Rafa Webseite. Nutzt auf jeden Fall den Code, der jetzt hier eingeblendet ist, wenn ihr das erste Mal bei Rafa bestellt. Ja, was sagt ihr? Was für Produkte nutzt ihr fürs Gravelfahren? Seid ihr eher performanceorientiert oder eher entspannt unterwegs? Habt ihr Geheimtipps an günstigen und guten Gravel- oder Fahrradklamotten? Dann sagt es mir unten in den Kommentaren. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.